Einen zauberhaft schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich umarme euch alle ganz, ganz fest und wünsche euch einen super Start in diesen neuen Tag. Und ja, der ein oder andere hat schon Kaffee getrunken, trinkt vielleicht noch Kaffee oder kocht sich gerade einen. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einige auch krank sind, krankgeschrieben sind, auch ins Krankenhaus mussten, was ja auch in der Legung gelegen hat, diese Woche. Und ich wünsche euch allen von Herzen gute Besserung und schnelle Genesung. Glaubt an die Heilung, glaubt an euch, das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, dann möchte ich gerne auf Kommentare eingehen. Und es könnte jetzt sein, dass es ein bisschen länger dauert, weil mir hier einiges so ein bisschen am, oder was am Herzen liegt, was ich gerne loswerden möchte oder euch da mitgeben möchte. Und ihr könnt ja einfach vorspulen, ne? Möchte ich gleich noch mehr dazu sagen. Und diesmal bin ich gut, ich habe es nämlich gleich am Anfang gesagt. Ja, ich danke euch für die lieben Kommentare wieder von euch. Und solche Grüße am Morgen, wenn ihr auch bekommen, so dieses Guten Morgen Sonnenschein. Und dass es euch gut tut. Und dass auch die Art, ja, meine Persönlichkeit, diese Aufgeschlossenheit und ja, diese gute Laune, dann auch so ein bisschen auf euch mit abfärbt, finde ich so schön. Und das freut mich. Und das ist immer wichtig. Einfach, ich weiß, es ist nicht jeder Tag Sonnenschein. Es ist so. Geht mir genauso, ne? Ja, also ich bin da jetzt auch nicht in der Zuckerwatte und auf dem rosa-roten Ponyhof, ne? Ja, aber, ja, trotz alledem, es ist der neue Tag. Und mir geht's gut. Ich weiß, dass ich durch meine Einstellung so viel steuern kann. Und da starte ich doch liebend gerne schon mal voller Freude in den neuen Tag rein, weil ich dann da gleich diese positive Energie habe und die einfach mitnehme in den Tag, ne? Ich weiß, es kommen immer mal verschiedene Sachen dazwischen. Da geht's einem nicht gut oder hört man irgendwas. Aber da ist es immer ganz wichtig, inwieweit man es an sich ranlässt, ob man da jetzt sich ein Gedankenkarussell erschafft, wie man damit umgeht. Und dann ist es nämlich auch ein Thema, dass man auch da rankommt, auch an dieses Thema, ja, es ist ein Schattenthema. Warum berührt es dich oder warum trifft es dich, ne? Und da kommen wir nämlich auch auf den Punkt, weil ich habe nämlich gelesen, in den Kommentaren gerade explizit auch wieder von gestern und vorgestern, Wunschpartner. Wunschpartner, und da waren Kommentare auch dabei gewesen. Ich meine, ich bekomme es auch in persönlichen Readings mit und da begleite ich euch ja immer und gebe euch da die Hilfestellung, die Unterstützung, weil ich ja auch in den Karten auch sehe, woran hängt es bei dir, was blockiert da wirklich, was ist da diese Blockade in dir drin? Und das ist nämlich der Punkt. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Und vorweg möchte ich gerne noch sagen, wenn es jetzt, wenn dir immer Blockadenlösungen, ich mache die Blockadenlösung für dich und die Blockadenlösung kann man machen und das kostet alles so und so viel Geld. Ihr Lieben, da könnt ihr, ich meine, es ist nicht immer so, möchte ich auch mal dazu sagen, aber die Blockaden kannst du selbst lösen. Denn du, wie ich es auch immer wieder sage, bist der Schaffer deiner Realität. Und das kostet dich im Endeffekt keinen Cent. Natürlich, wenn es überhaupt nicht geht und es kommt auf jeden selbst immer drauf an, auf die Persönlichkeit, auf die Situation auch und auf die Stabilität von einem selbst, dass man sich da Unterstützung holt durch Hypnosen oder durch Therapeuten. Also das gibt es immer. Aber jetzt so, keine Ahnung, irgendwelche Rituale oder sonst irgendwas, die Blockadenlösung, nein, also da, dass man ein Ritual macht oder machen lässt, dass die Blockaden bei dir Hexhex dann verschwinden, nein. Weil das ist das Thema, an jedes Thema musst, da nehme ich das Wort muss, musst du selbst rangehen. Und das ist auch das, was die meisten zurückhält, an ein Thema ranzugehen. Weil es der Bereich ist, der aufzulösen ist, aber da konfrontierst du dich mit dem Thema, in diesem Bereich, der dir wehtut, der einen Schmerz auslöst. Und da geht man nicht gerne ran. Und da läuft man weg. Aber das ist genau der Punkt, woran es liegt. Warum anderes stockt. Warum es nicht weitergeht. Und das ist ganz, ganz wichtig, da ranzugehen. Und da sind wir auch bei dem Thema eben jetzt gerade, auch dieses Blockadenlösung Wunschpartner. Wie gesagt, was ich gelesen habe, ihr seid viele von euch. Also ich spreche jetzt hier für die Allgemeinheit, aber bitte jeder von euch weiß oder nimmt sich das raus, was für ihn stimmig ist oder spult weiter. Ja, oder ob er sagt, okay, da möchte ich jetzt rangehen an das Thema oder nicht. Also ich spreche jetzt hier nicht jeden Einzelnen an, sondern einfach, ich kann es hier nur in der Allgemeinheit machen. Ja, habe ich mitbekommen, auch wie gesagt, in persönlichen Readings, was ich auch immer wieder sage, auch in den persönlichen Readings, dieses Festhalten. Ihr seid in der Warteposition. Ihr lasst euch auf Hold stellen. Und das ist eine Position, da kommst du nicht weiter. Auf den Wunschpartner warten. Ja, es ist aber Zeit deines Lebens. Und da schaust du nicht auf dich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du sagst, okay, dass ich jetzt hier meine, du sollst den Menschen komplett vergessen und abschreiben. Je nachdem, auf die Situation kommt das natürlich an. Logisch, ne? Aber du hast nur ein Leben. Und wenn du von der Energie in dieser Position für dich selbst bleibst, natürlich tut es weh, eine Trennung. Es ist ein Schmerz. Aber es ist auch das, wenn du dann mal in dich schaust, dieses Vermissen, das ist dann diese Sehnsucht, die kommt. Du hast das nicht mehr. Und da fängst du nämlich dann an, die Blockade aufzubauen in dir, diesen Knoten auch. So, wo du nicht weiterkommst. Du hältst daran fest. Du bist dann praktisch in einer Energiefregenz drin, die da unten einfach ist, in einem anderen Bereich. Egal, wurscht, wo der Hetz ist. Und da ist es so, diese Schwingung, diese Energie, sendest du auch immer, immer wieder aus, weil du beschäftigst dich doch die ganze Zeit damit. Und das ist es, mit was du dich beschäftigst. Weil alles ist Energie, alles ist Schwingung. Und wenn du in dieser Schwingung bist, dass du festhältst und dass du sagst, oh, und nur durch ihn und euch vermissen so sehr. Ja, natürlich vermisst man den Menschen. Verstehe ich absolut. Ich bin da komplett bei euch. Aber es kommt darauf an, was du daraus machst. Wichtig ist, dich aus dieser Position rauszuholen, nicht als Fan da unten rum zu kurven und nur zu schauen, ihn brauche ich, da nur mit ihm und so weiter. Natürlich war das alles schön gewesen, aber du hängst somit in der Vergangenheit fest. Und in dieser Energie, die dir weh tut, dieses Vermissen. Also beschäftigst du dich logischerweise mit dieser Energie. So, und was ist das Resultat dessen? Ja, du ziehst genau diese Energie immer, immer, immer wieder an und da kommt auch nichts anderes. Das ist das Gesetz der Annahme. Es heißt, bring dich in eine andere Position, in eine andere Frequenz. Du bist es wert, geliebt zu werden, weil da liegt es nämlich meistens dran, dass du denkst, oh, die andere viel schöner oder ja, vielleicht habe ich es nicht verdient. Und so fängst du jetzt erst mal auch an. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist alles wert. Da gibt es keine Grenzen. Setz dir selbst da keine Grenzen. Nein, das ist nichts für mich und das kann ich nicht und das habe ich vielleicht nicht verdient oder dann ist es eben so. Also diese Aussage, dann soll es eben so sein. Nein, denn du bist der Schaffer deiner Realität. Es soll so sein, so wie du es energetisch auch aussendest. Natürlich verallgemeinere ich das jetzt ziemlich, aber ich gehe natürlich schon auf das Thema Wunschpartner jetzt ein, weil das ist ein sehr, sehr großes Thema im Allgemeinen, was man damit machen kann oder wie man selbst sich dann auch steuern kann von dieser Energie, von der Frequenz. So, und dieses Festhalten bringt dich null, null, null weiter. Weiter bringt dich das, wenn du es loslässt. Und loslassen heißt ja nicht, dass du den Menschen komplett aus deinem Leben verbannst, wenn du es nicht möchtest. Außer du sagst, hey, die kann mich mal kreuzweise, komplett für mich erledigt. Wichtig ist aber auch, dass du an dieses Thema rangehst. Erstmal loslassen, dass du sagst, hey, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich weiß, dass ich mit einem Mann, mit einer Frau in einer festen Lebenspartnerschaft oder Ehe oder wie auch immer, was ihr möchtet, zusammen bin. Ich weiß es. Ich liebe mich selbst. Ich werde geliebt. von diesem Menschen. Der ist mir treu. So, und das ist die Annahme. Du nimmst es an. Und da aber wichtig ist, dein Selbstkonzept dir zu erstellen, dass du da rauskommst aus dem ganzen Schmodder. Und, dass du mit dir selbst eben da auch arbeitest. wenn du festhältst, er meldet sich nicht, er meldet sich nicht, ach Gott, schreib mir doch, mach doch. Ja. Du sendest doch genau das aus. Diese Sehnsucht, dass du das möchtest. Da haben wir wieder, da löst du Druck aus und Druck erzeugt Gegendruck. Dann macht ihr euch nämlich auch zeitlich den Druck. Dieses, ach Gott, jetzt, und ach Gott, wie schön wäre das und ich vermisse ihn so sehr und putsch, haben wir den Salat, dann kommt immer wieder mehr Zeitverzögerung rein. Mach dich frei. Schau auf dich selbst. Du bist wirklich der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und, wie gesagt, wenn du, solange du festhältst, immer wieder ziehst, das ist wie ein Hund, wenn du an der Leine hast. Er zieht in die Richtung und du ziehst vehement dagegen und er, dann Gegendruck, zieht wieder in die andere Richtung. Da kommt nichts. Druck erzeugt Gegendruck. Und das ist wirklich das A und O bei dem Ganzen auch und da hängt es auch und wichtig ist dann auch, wenn du das Gefühl bekommst, geh da an das Gefühl ran, spür das Gefühl. Du hast zum Beispiel, du vermisst ihn. Oder irgendein Thema ist es zum Beispiel. Geh das Thema an, spüre das Thema, fühle das Thema. Nimm das Gefühl wahr und dann geh für dich selbst zurück. Gedanklich. Wo kommt das Gefühl her? Geh da mal richtig zurück. Durch was ist dieses Gefühl entstanden, dass überhaupt dieses Gefühl kommt? Dann gehst du ganz weit, Schritt für Schritt, nimm dir die Zeit und geh dann immer wieder weiter zurück. Dass du da wieder in die Vergangenheit dann gehst, wo rührt das her? Wo ist es entstanden? Weil das ist dann der Punkt. Und wenn du da angekommen bist, an dem Punkt, dass du weißt, daher kommt es, da hat es angefangen, dann schau, war das da zuvor auch schon gewesen. Einfach nochmal so dieses Abchecken, ob das zuvor, vor diesem Ereignis auch schon mal gewesen ist. Wenn du spürst, nein, da war nichts, dann ist es genau das Thema. Das ist dann der Punkt, woher der Auslöser des Ganzen. Und da heißt es, diesen Bereich anzugehen. Nicht wegzuschieben. Wegzuschieben, da hast du dann irgendwann mal so einen Berg in dir und da kommst du nicht weiter und wirst immer weiter so nach unten selbst gedrückt, weil deine Seele möchte, die weint dann auch und deine Seele möchte sich dann auch wirklich, die möchte die Leichtigkeit haben für dich. Deine Seele spricht immer mit dir, deine Psyche und das zeigt sie auch immer im Außen. Und geh das Thema an für dich selbst, wenn es mehrere Themen sind. Hier immer die Situation. Wo kommt der Schmerz her? Was ist der Auslöser des Ganzen? Das ist ganz wichtig. Aber auch jeden Tag immer, immer wieder dir sagen, einige Wochen lang, wie du dich siehst, schreib es dir auch mal auf. Das sind deine Glaubenssätze nämlich auch, die du hast. Und deine Glaubenssätze, das sind die Verankerungen, die dir aus vergangenen Zeiten, aus der Vergangenheit, aus deiner Kindheit, Jugendzeit, da wirklich eingeprägt worden sind. Und sehr, sehr oft ist es nämlich auch die Kindheit. Und das, wie ich es auch schon mal erwähnt habe, das sind die ersten sieben Jahre. Und das ist dann auch die Täterphase, das sind wir wieder in dem Bereich drin, Affirmation, was da wirklich auch dir suggeriert wird. Was du aufnimmst, was sich verankert. Aber du kannst das alles immer selbst steuern. So, jetzt habe ich hier mal ziemlich lange geredet. Und jetzt sind wir schon bei 13 Minuten. Jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Wir haben ja heute Samstag und Samstag gibt es ja immer die Legung, der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber. So, da schauen wir jetzt mal rein. Da bist du, da ist dein Gegenüber. Und ihr wisst auch, bei dieser Legung, sage ich es immer dazu, kann auch sein, dass es hier, die Seiten vertauscht sind. Also, wenn ich diese Seite anspreche, kann es auch sein, dass du sagst, hey Moment, das ist aber eher meine, meine Situation, oder meine, meine Ausgangsposition. Ne, da fühle ich mich eher angesprochen. Das ist hier wirklich möglich. In persönlichen Readings auf gar keinen Fall, aber die meisten wissen das ja, die schon Readings von mir haben oder einige, die schon Readings von mir hatten. Übrigens, vielen, vielen Dank, dass ihr das jetzt auch so macht, dass ihr, wenn ihr eine Zeit lang keine Nachricht von mir, keine Antwort bekommt, dass ihr mir einfach ein Emoji oder irgendwas wieder schickt, dass ihr da wieder oben aufploppt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Dann möchte ich noch dazu sagen, ähm, gestern war die die Sternzeichen, oh bella, ups, die Sternzeichen gewesen und da habe ich dann auch mit einem neuen Tarot-Deck noch gearbeitet und das ist das, äh, The Dark Mansion Tarot und, ähm, es ist auch wunderschön, ähm, Fourth Edition ist das, äh, ja genau, die Fourth Edition ist das und, äh, Production, Tarot Taker Studio. Ja, genau. Okay, Tarot Taker. Ähm, also die haben das Copyright auf jeden Fall drauf und, äh, wie gesagt, Dark Mansion Tarot und wunderschönes Tarot, also finde ich auch ganz toll, ähm, weil ich die, ja, ja, ich finde es einfach wunderschön gemacht, ne? Okay, so, jetzt geht es mal los hier, dann schauen wir jetzt mal, wie es bei dir ausschaut, wie es bei deinem Gegenüber ausschaut, ihr wisst ja, es sind Legungen für die Allgemeinheit, kann nicht für jeden zutreffen und wenn ihr auch, ähm, wenn es sich positiv, hier dieses, es ist wichtig immer, die positive Energie zu nehmen, dann nimm sie auch und sag auch für dich, hey, ich weiß, dass ich, ähm, diese Liebe zum Beispiel, wenn du irgendwas jetzt wüsstest, ob das für diese Mythe jetzt ist oder allgemein, oder auch wenn du jemand anderen siehst, ich weiß, dass genau das auch, das habe ich auch, du weißt, das sei davon überzeugt, ne? Aber Klammer nicht an einem Menschen und schau da auch wirklich mal, geh in die Innenschau mit dir selbst. Vielleicht schreibst du dir auch mal eine Liste auf, dass du da vielleicht, dass du es mal schriftlich siehst, pro und contra vielleicht, ne? Aber was ist es wirklich? Was ist es wirklich? Und da geh bitte an den Punkt ran. Und das ist das, was ich auch vorhin angesprochen habe, Blockaden lösen, ne? Weil das ist nämlich dann das Thema. Und man kann nicht, du kannst hingeführt werden durch Hypnosen zum Beispiel oder sowas, ne? Oder Therapien, wenn es dann wirklich in einen anderen Bereich jetzt noch mit geht, ja, auf jeden Fall. Ich sage nicht, pass auf, ja, geh da niemals zum Arzt oder irgendwas, weil das hier ist jetzt keinen Arzt oder Apotheker, ne? Also, ja, oder irgendwie, dass du da Unterstützung dir auch holst. Und das sind keine Heilversprechen, keine Kartenlegung, das sind Heilversprechen. ähm, ja. So, dann schauen wir jetzt mal bei dir. Was wir denn dazu bekommen, was bei dir los ist? Der aktuelle Stand bei dir. Gut, dann decke ich gleich mal auf. Ja, schau mal, da haben wir nämlich gleich schon mal die Ängste. Die Ängste und die Ängste haben immer keine ganz, ganz, ganz große Macht. Und da heißt es auch, woher kommen diese Ängste, ne? dass du auch dieses Thema immer mal angehst. Wenn ich das hier so sehe, äh, haben die Ängste ja einen ganz großen Einfluss. Und was haben wir hier? Schaut mal, wir haben die Vergangenheit. Wir haben die Vergangenheit und hier betrifft das auch einige, ähm, ja, die eine sehr weite Entfernung haben. Ähm, ja, dass der Wunschpartner im Ausland vielleicht ist oder eine sehr weite Entfernung ist, wo eine sehr große Distanz eben auch ist. Und ich sehe aber auch, dass dich das wirklich auch sehr krank macht, diese ganze Situation, ne? Diese ganze Situation und du möchtest diese Veränderung haben, du möchtest Liebe und du gibst Liebe. Ich sehe aber bei dir auch, du hast schon, ähm, ziemlich für dich, ähm, eigentlich so abgeklärt. So, die lege ich, wo lege ich denn dir hin, dass ich sie nicht durcheinander bringe? Irgendwann darüber. Und dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Was denn da los ist? Ich mache die gleich ein bisschen anders, wenn wir Platz haben. Ach nee, schaut mal, wie sich das schon wieder spiegelt. Aha. Sehr interessant. Ja, so, dann schauen wir doch hier mal weiter. Ja, die Bewegung. Wohin gehen die Gedanken? So. Gut. Also, ihr Lieben, wir haben jetzt hier auch ein klares Bild. Ich nehme jetzt auf jeden Fall, die lassen wir gleich hier liegen. Ähm, gleich was zur Klärung. Okay. okay gut ihr lieben dann haben wir was ja also ein bisschen schwieriger schaut es hier gleich aus das kann ich euch gleich sagen und da schauen wir jetzt aber mal genau rein die tendenz okay ich lasse jetzt hier mal liegen den rest machen wir dann und ich denke mal habt ihr auch schon gesehen ich zeige es jetzt noch mal dass es hier alles ehrlich vonstatten geht also bei dir sehe ich jetzt auf jeden fall ja bei dem ein oder anderen hier das ist das hauptthema das große thema ist die ängste war ja eine sehr weite entfernung ist eine sehr weite entfernung kann sie hier noch was tun und da ist diese trennung die trennung ist eigentlich da diese die räumliche trennung also diese große distanz von der von ja vielleicht wie gesagt ausland oder kann auch im inland sein dass eine sehr weite entfernung ist ich sehe hier du bist sehr stark du hast diese ängste du hast diese ängste allgemein jetzt egal ob jetzt im ausland ist oder was hier oder in deiner nähe auch ist in deinem umfeld ist in deinem umkreis ist du hast die ängste und du zweifelst auch daran ob hier noch mal richtig was ja in die aktivität kommt was kontakt betrifft was gespräche betrifft und so ein stück weit hast du auch ein bisschen angst davor dass wenn es hier auf freundschaftlicher basis ist dass dein gegenüber hier komplett den cut macht mit dir dass er sagt pass auf dass du jetzt hier vor vollende tatsachen vielleicht gestellt wirst dass das komplett hier auch beendet und da sind auch deine ängste und bei dem einen oder anderen sehe ich auch dass hier schon was gewesen sein kann also von der beziehung her dass hier schon was war wo hier ein ende ist also ende ist hier ein zentrales thema und das spiegelt sich auch hier wieder bei deinem gegenüber was wir deutlich sehen und da ist so eine ganz starke unsicherheit das ist das was hier ein hauptthema auch ist diese ängste diese unsicherheit kommt überhaupt noch was und das ist eine unruhe in dir was tut sich da und wenn oh mein gott wenn er oder sie mir jetzt dann sagt komplett hier da tut sich überhaupt nichts mehr und nein wir können hier mal ja so sporadisch mal kontakt haben auf freundschaftlicher basis alles super klasse na ja du hast angst dass hier komplett ein aus ist und auch wenn es ein aus ist zwischen euch weil ich hier wirklich habe ziemlich viel aussage hier in dieser legung drin dass es das aus schon gegeben hat diese trennung zwischen euch ihr kontakt habt ist aber auch deine angst die dich sehr stark im griff hat dass hier gar nichts mehr vorangeht du möchtest aber du möchtest so gerne und das ist das hier deine angst regiert über dich deine angst erzeugt hier auch diese unsicherheit du bist selbst unsicher und du bist nicht dann richtig so richtig stark in deinem selbstbewusstsein mal du willst sie auf gar keinen fall einen fehler machen du willst sie richtig machen weil der mensch bedeutet ihr sehr sehr viel der mensch bedeutet ihr sehr viel und du fühlst dich aber auch hier sehr kraftlos du fühlst sehr kraftlos du möchtest die veränderung im haus also für dich in deiner nähe haben du möchtest diesen diesen neu beginnen du möchtest raus aus dieser stagnation weil hier sehe ich bei dir sehr stark die stagnation du drehst dich ein bisschen im kreis holst ja auch immer wieder diese diese vergangenheitsthemen raus vergangenheit was gewesen ist was dir auch weh tut und dein umfeld sehe ich hier auch dass wir da dieses thema haben diese diese ängste und das was sich ja auch in dein umfeld mit ausbreitet hier in deinem ja kann jetzt auch die arbeit sein dass es dein chef ist oder arbeitskollegen aktivitäten also muss jetzt nicht unbedingt die arbeit sein wird mir aber jetzt auch unter anderem mit angezeigt und hier auch dass du nämlich sehr stark am zweifeln bist du zweifelst an dir selbst und das auch ist dann auch so ich zweifle an mir nein die erste reaktion aber dann geh mal in dich schau mal genau hin hier bei dieser legung sehe ich jetzt zweifel auch ob du alles richtig machst du willst nichts falsch machen und du zweifelst im endeffekt so ein stück weit auch an dir selbst und da ist es gibt immer menschen auch jetzt hier andere personen in deinem umfeld die ja sich über dich stellen oder sich stärker sehen und die auch da ein bisschen mehr diese diese kraft haben dir das auch zu zeigen oder beziehungsweise hier immer dieses zu werfen sich verunsichern weil sie vielleicht ein bisschen dominanter sind und das ist das was dich auch immer wieder verunsichert weil du bist da hier gerade in so einer ein bisschen instabil na für dich selbst du hast sehr viel herz du gibst von ganzem herzen du gibst liebe und du gibst es ohne irgendwie dass du sagst du hast jetzt hier erwartung das muss jetzt sein und ich gebe dir nur das wenn nein du gibst von ganzem herzen und du gibst aus freien stücken und du hast tiefe liebe für deinen gegenüber die liebe ist sehr sehr stark deine sehnsucht ist sehr groß hier der schmerz ist so groß weil du möchtest ankommen und hier ist es aber auch immer wenn ein kontakt ist dann ist auch die freude aber immer wieder die hat erst diese freude da wow hey na klasse so und dann kommen wir wieder die angst und da haben wir wieder den salat dass du dich da immer wieder in diesen greifen diesen in diesem hamsterrad immer wieder schön befindest und da nicht weiter kommst und da stoppt es und wenn du es jetzt so sie ist weil ich hier wie gesagt du willst diese verbindung du möchtest diese wenn du hast diese sehnsucht zu stark nach dieser verbindung weil du weißt dieser mensch ist eigentlich so diese diese sein deckel nach also nicht dass es hier die brat panne ist und da drüben ist der der topf na nein das ist hier wirklich so so diese ich sehe es aber jetzt weil ich beide bilder beide seiten ja schon gesehen habe dass es wirklich eine symbiose ist zwischen euch beiden und hier das ist auch so es hatte einen grund gehabt schau da auch mal genau hin warum vielleicht die trennung ist warum es hier nicht weitergeht schau dir das thema an denn in dieser legung sehe ich auch dass hier nämlich gewaltig was stockt und das sind die ängste die unsicherheit und du hast nämlich auch angst diesen menschen zu verlieren wieder zu verlieren dass du wieder in diesem mit diesem schmerz konfrontiert was dieses diese verlust angst wenn man es jetzt mal so sehen nimmt es vielleicht auch nicht ganz so wörtlich und das ist hier ein ganz großes thema bei dir aber hier ist ganz ganz viel liebe hier ist tiefe liebe und ihr seht es selbst wie sich hier alles spiegelt da wenn wir jetzt mal zu deinem gegenüber gehen schaut euch das bitte mal an wir haben hier die ängste dein wunschpartner dein gegenüber hat nämlich auch dieselben ängste wie du hier sind die ängste und du bist für dich schon ziemlich auch in den rückzug gegangen und dieses ja dieses kraftlose auch jetzt schaut euch das mal an sammeln bei deinem gegenüber nämlich auch dein gegenüber sehe ich aber hier auch dass es so ein bisschen zwischen familie und dir so ein bisschen zwischendrin steht hier sind auch die ängste was falsch zu machen so ein stück weit glaubt er nicht mehr wirklich dran genauso wie du ob das hier alles noch mal was werden kann weil hier sehe ich nämlich auch dass es zwischen euch schon mal was gegeben hat dass da auf jeden fall hier wir haben das ist wahnsinn schaut euch das bitte an es ist der absurde wahnsinn hier also hier hat es definitiv betrifft es welche auch wo die eine starke räumliche trennung also eine große distanz ist von der von der ja im ausland zum beispiel große entfernung habe ich hier die menschen betrifft es ja auf jeden fall auch und da du hast angst dein gegenüber komplett zu verlieren weil du spürst dein gegenüber ja sehr viel in die auch ausgelöst hat dass das so eine starke verbindung auch ist aber du lässt es aber auch nicht wirklich zu weil du immer mit diesen ängsten deine ängste haben ja einfach wirklich die die größte kraft die größte macht genauso bei deinem gegenüber bei deinem gegenüber spürt als das nämlich auch das ist ja das was du dann immer so weiter gibst energetisch und bei deinem gegenüber ist genau dasselbe ihr kennt euch hier wirklich auch schon länger da ist der kontakt da und die haben wir auch wieder dieselbe kombination also hier schaut es mir wirklich so aus dass ihr freundschaftlichen kontakt habt und da immer mit der gespräche oder treffen oder sowas auch sind und hier eine sehr sehr starke anziehung die anziehung die ich bei euch sehe ist hier sehr stark weil da ist so viel leidenschaft eigentlich bei euch diese erotik diese sinnlichkeit bei euch beiden was ich sehe und ihr habt eine magnetische anziehung und das was euch beide aber blockiert ist das was ihr euch gegenseitig eigentlich aussendet das ist das was du ihm überträgst und ja entweder hauptsächlich du ihm oder er dir auf jeden fall macht ihr das super klasse also ihr seid ein ganz tolles team euch das gegenseitig hier so richtig so immer rüber zu spielen aber da heißt das einer von euch beiden das da mal los lässt davon von diesen ängsten von dieser unsicherheit und ich sehe sie nämlich ausgeprägte hier bei dir ich sehe ausgeprägter bei dir und da heißt das ja auch weil hier ist nämlich auch immer wieder der rückzug und hier auch so dieses ablenken auch mit der arbeit und den fokus darauf legen und dein gegenüber ist ein arbeitstier du versuchst dich auch immer wieder auch abzulenken es ist ablenken aber du sehe ich hier mehr du schaust dann nicht so ganz dieses thema was bei dir warum es bei dir wirklich auch woran es hapert ja hier ist auf jeden fall die verbindung sehr intensiv auch weil dein gegenüber wie gesagt männlich wie auch weiblich hat ja auch sehr starke empfindungen deine richtung also hier auch erfinde dich sexy erotisch also hier auch diese er spürt deine wärme hier ist wirklich auch liebe da hier wird mir wirklich starke liebe gezeigt und dann gegenüber macht sich auch gedanken weil er weiß dass er mit dir in die fülle gehen möchte er weiß es aber es blockiert hier einfach alles noch und das sind die ängste wir haben auch ein familiäres thema bei deinem gegenüber liegen nein ich habe hier keine andere frau liegen weil ich hier du du bist das thema bei ihm und du bist hier ein sehr zentrales thema auch diese verbindung weil hier auch dieses er spürt dieses familiäre dass du praktisch zu ihm mit gehörst aber immer wieder der rückzug diese so ein stressfaktor stressfaktor wie könnte er das jetzt hier vielleicht auch verbinden vereinen das alles wieder hier praktisch ins lot zu bringen und hier den richtigen weg zu finden aber ihr seid doch beide lösungsorientiert ihr wollt doch eine lösung finden und wollte aus dem ganzen raus hier sehe ich aber ganz deutlich dass es hier an gesprächen an einem richtig klärenden gespräch hapert ihr unterhaltet euch ihr habt vielleicht kontakt vielleicht ab und zu meintreffen oder auch bei dem ein oder anderen noch gar keinen kontakt und das ist immer das thema egal ob kein kontakt und ein bisschen kontakt hier wird nämlich das haupt thema das ist was zum was es bei euch geht nämlich richtig schön da wird drum herum gesprochen also um den heißen brei geredet aber kalter brei schmeckt ja auch nicht also so wenn er lauwarm ist könnte man dann doch schon essen ja weil mein gegenüber möchte die nämlich auch hier gutes tun er möchte jedem eigentlich auch in seinem familiären bereich immer das gute weil er ist so wie ich deine gegenüber sie wirklich auch in einem herzensguter mensch herzensguter mensch der aber auch ein bisschen sich verschließt ein bisschen diese verschlossenheit hat aber trotz alledem er weiß dass er mit dir in die harmonie kommen kann er will die harmonie er ist sehr bestrebt auf harmonie geborgenheit diese leichtigkeit du auch ja und das ist aber der fokus bei dem dein gegenüber sehr stark ist und da hat er angst dass hier in beiden richtungen also hier in seinem umfeld familiären bereich mit dir dass hier irgendwas dann nicht mehr dass hier irgendwas in stocken kommt wo es probleme gibt vielleicht war auch schon mal was zwischen euch gewesen in diesem bereich und das ist das wo dein gegenüber auch diese angst hat dass das wieder aufploppt und das finde ich immer so erschreckend wenn ich dann sehe es hapert hier einfach nur ein offenes gespräch und aber das zeigt doch wirklich ja wettlaufen bringt nichts nichts aber gut wie kann man das hier jemandem beibringen aber du kannst ja auch mal da aus diesem bereich mal loslassen weil das sendest du ja auch wieder aus aber so ist ein bisschen wie zwei minuspole die hier immer so aneinander rumkreisen aber nicht zusammen andocken weil dein gegenüber willfeder hat wirklich sehr viel herz der ist sehr bemüht ist allen recht zu machen dass es denen gut geht natürlich er macht sich hier sehr viel gedanken er ist schon materiell eingestellt also das ist so ein bisschen der hauptfokus du bist eher der herz mensch er ist der kopf mensch was ich hier sehe und da ist schon der fokus auch die finanz das muss alles passen und auch im ganzen umfeld also hier dass jeder so versorgt ist aber schon ein bisschen egoistischer sehe ich dann im gegenüber hier also diesen bereich haben wir aber hier ist wirklich sehr viel sindlichkeit leidenschaft gefühl und hier ist wirklich die tiefe liebe und hier hapert es wirklich nur an diesem an diesem diesen 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 knoten der dazwischen noch ist dass der gelöst wird dass es hier auch noch mal zusammenkommt und ihr blockiert euch eigentlich beide dabei wollt ihr eigentlich dasselbe im endeffekt ja ihr wollt dasselbe aber ihr blockiert euch auch beide also sehr interessante legung so wenn wir jetzt hier mal weitergehen dann sehen wir hier auch ja ähm was ich bei dir sehe wir haben den turm den turm das hier ähm der rückzug sehr stark zu sehen und ähm was ich euch vorhin ja alles auch schon gesagt habe ihr merkt dann auch wenn ich diese karten jetzt hier sagt was ich hier alles wiederholt ne ähm wie gesagt wir haben den turm hier ist äh der rückzug hier ist dieses eingeschanzte auch so ein bisschen und ähm hier der konflikt mit dir selbst du bist mit dir selbst in einem konflikt und ähm ja diese veränderung du bist in einem inneren chaos eigentlich auch du möchtest aber diese diese erlösung haben und möchtest auch diese dass es weiterkommt du möchtest raus aus diesem ähm festhalten dieser knoten wie zum kleinen gefängnis was ich dich hier sehe ne und hier ähm es ist auch das sind so diese ja vielleicht hat sie auch eine unangenehme überraschung auch noch mitgegeben dass du irgendwas gehört hast und das ist aber auch dieses unangenehme in der kommunikation auch von außen was sich dann immer wieder hier in deinem turm richtig schön zurück katapultiert und da sehe ich auch dieses ähm du bist hier sagst okay du bist hier geschützt du schaust dir das alles so ein bisschen an ne aber hier heißt es auch mal raus zu gehen geh raus aus dir nicht dass du jetzt komplett hier drauf auf dein gegenüber zu stürmst ne aber arbeite zuerst an dir löse diesen bereich hier oben ab ja dann haben wir ähm diese so ein stück weit auch diese hoffnungslosigkeit ne diese hoffnungslosigkeit diese sorgen diese ängste diese verzweiflung auch und diese wenn man so nennt diese seelen qual und da heißt es löse die ängste es schaut mir aber so aus dass du diese ängste auch lösen kannst du wirst sie lösen du bist nämlich auf dem weg das ganze zu lösen hier aus seinem turm raus zu gehen runter zu klettern schaffst du auf jeden fall ne garantiert und hier auch dieses nicht mehr die augen auch teilweise zu verschließen vor dir selbst sondern wirklich das ganze anzugehen und das löst sich hier auch auf du bist hier auf dem weg und das kann ich in der kombination sagen was ich hier sehe du bist auf dem weg hier zu dir selbst in deine stabilität und hier auch diese dich selbst auch mal richtig diese liebe zu dir selbst zu sehen dich anzunehmen wie wunderschön du bist ganz ganz wichtig und ja dann haben wir noch die königin der kelche königin der kelche kelche ist ja mal ganz viel gefühl auch noch mit und königin der kelche du bist die königin du bist der könig oder die königin also hier seh dich bitte wie gesagt geschlechterneutral sehr viel gefühl und hier haben wir auch dieses Einfluss bei dir dieses fürsorgliche und komm hier wirklich in deine selbstliebe sei nachsichtig mit dir selbst und sehe andere frauen oder andere männer nicht als konkurrenz das ist nämlich hier ein ganz großer punkt es gibt keine konkurrenz du weißt doch wer du bist und hier wird mir nämlich auch die Heilung angezeigt die Heilung in der Beziehung zwischen euch und hier wird es auch gegenseitiges Verständnis geben und also hier tut sich wirklich was also hier kommt auch was in Bewegung also da heißt es vertraue hier bitte auch drauf komm zu dir und nimm es auch an nimm dich selbst an was ganz 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 wichtig ist ähm seh es auch bitte so du bist die pure Existenz verpackt in einem wunderschönen Körper seh dich doch mal so pure Existenz wie du bist dass du dich so siehst du bist verpackt in einem wunderschönen Körper und gib dein Licht auch raus also zeige auch dieses Licht diese Heiterkeit diese Leichtigkeit nimm es an komm raus aus diesem Dunkel das steht dir auch überhaupt nicht ne also nimm die Zeit jetzt an es ist immer nimm das jetzt immer ist der richtige Zeitpunkt das Ganze zu verändern ja und praktisch deine Einstellung deine ja aus der Vergangenheit irgendwie ja so so Grundgedanken oder Denkmuster das ist einfach dass du da mal hingehst und dir das mal anschaust dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber was wir hier noch Schönes haben ja die neun der Stäbe neun der Stäbe das ist auch so ein bisschen was ich vorhin schon gesagt habe diese Verschlossene ne ziemlich Verschlossene manchmal so ein bisschen engstirnig auch und dein Gegenüber sieht es auch hier so ist in diesem Punkt dieses diese scheinbare Ausweglosigkeit ne und er möchte aber schon auch in diese Vollendung gehen und in dieses Sorgenfeind dieses Loslassen und diesem Prozess befindet sich dein Gegenüber auch und dein Gegenüber auch ist da richtig es ist eigentlich richtig schön drin also hier es fehlt nur noch ein kleines Stück fühlt sich aber auch teilweise so ein Stück ja allein allein und das ist das diese Erkenntnis weil er dich auch an seiner Seite haben möchte diese Ergänzung nicht dass er sagt er braucht nur dich für sein Leben nein also diese Ergänzung und da sehe ich auch er wird auch hier er ist auch teilweise so wie gesagt unnah bei teilweise so ein Stück in der Abwehrhaltung drin und vorsichtig ein sehr sehr vorsichtiger Mensch ne aber hier kommt mir auch bei deinem Gegenüber die Bewegung rein ja dann haben wir die Sonne und die Sonne ist hier auch die Zuversicht dein Gegenüber ist hier schon auf dem Weg in die Zuversicht und möchte auch das Positive wird hier greifen das Positive auch greifen ist auf dem Weg dazu das Positive die positiven Gefühle Gedanken zu greifen und er wünscht sich auch das gegenseitige Verwöhnen und er möchte hier mit dir zusammen so dieses wunderschöne diese Leichtigkeit diese Wärme spüren dass die Helligkeit sehen mit dir und da möchte er hin er möchte auch raus aus dem Dunkel aus diesem Christen für sich selbst in seinem Inneren und ihm geht es gut ja also da es ist auch wichtig dass es jedem gut geht ne das ist wichtig dass man glücklich mit sich selbst ist und nicht abhängig und das Glück von jemand anderem oder von einer abhängig macht ne ganz ganz wichtig ja das Ast der Schwerter Ast der Schwerter dein Gegenüber wartet hier auf eine Chance um das Ganze zu klären zwischen euch weil hier dein Gegenüber bei dem Gegenüber sehe ich das hier erwartet er möchte auch diese Wände zum Guten wie auch du und das wird es ja auch geben zwischen euch also so sieht das für mich aus und wie gesagt er will hier er wird auch die Chance ergreifen was zu klären und er wartet nur darauf aber da heißt es dann schon auch dass du ein bisschen energetisch hier loslässt ne weil dein Gegenüber ist für sich nämlich schon zu wichtigen Erkenntnissen gekommen der ist in der Klärung mit sich selbst und seine Entscheidung steht eigentlich auch fest und er ist eigentlich hier sehr zielstrebig auf ein Gespräch auf ein gutes Gespräch auf ein klärendes Gespräch zwischen euch beiden also ja da er wird da auch richtig in die Stärke kommen und diesen Weg gehen mit dir also in deine Richtung weil bei euch wie gesagt ich sehe ja beides das ist ja Wahnsinn ne so dann haben wir hier die Münzen äh hier ist auch dieses also da ist ein bisschen sehr starkes Misstrauen bei euch beiden ne und keiner von euch beiden möchte irgendwas riskieren das ist übervorsichtig übervorsichtig übertriebene Sorgen und wie du hier dieses zurückgezogene er dieses verschlossene du dieses zurückgezogene ähm dieses ähm ja misstrauisch nichts riskieren wollen diesen Selbstschutz auch komplett diese Sicherheit ne und das ist ja aber die Übervorsicht die Übervorsicht hier irgendwas vielleicht falsch zu machen irgendeinen Fehler zu machen das Richtige zu tun so dann haben wir die wir haben wieder große Arcana große Arcana ähm ist ja immer eine sehr sehr kraftvolle Karte und da sehe ich auch den Wachstum den Wachstum zwischen euch beiden und ähm diese Sinnlichkeit auch also hier von der Tendenz her dass hier eure Beziehung ins Wachsen kommt dass die Liebe aufblüht dass es ihr beide zu lasst und dass ihr wirklich ähm dass ihr in diese Leichtigkeit kommt dass hier diese Blockaden diese diese ähm Ketten gesprengt werden oder diese Kette ich meine Ketten sind es nicht das ist nur so ein kleines Kettchen was hier dazwischen ist mit so einem Knoten in der Mitte drin ne dass es hier auch gesprengt wird und dass es hier wirklich auch in den Wachstum gehen kann und hier die Beziehung eure Beziehung möchte wachsen die Tendenz ist es dass die Beziehung wächst zwischen euch so dann haben wir wunderwunderwunderschön die Zehn der Kelche die Zehn der Kelche ist hier die komplette Fülle wo ihr beide auch hin wollt ihr seid auf dem Weg ihr seid auf dem Weg in die komplette Fülle ähm wirklich in diese in diese Zweisamkeit Zweisamkeit diese Harmonie in diese Leichtigkeit dieses hier dieses gemeinsame Unternehmungen dieses Zueinanderstehen ähm diese Zusammengehörigkeit diese Zugehörigkeit ihr wisst ihr gehört zueinander hier wird mir die Harmonie gezeigt das familiäre also hier komplett dass sich der Kreis zwischen euch richtig schließt dass da kein Blatt mehr zwischen euch passt 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 und ähm ihr beide wisst auch genau dass ihr miteinander euer Zuhause gefunden habt du bei ihm und er bei dir und ihr werdet hier auch ähm wirklich ankommen dieses Ziel erreichen die Harmonie Geborgenheit Wärme Zweisamkeit und hier nochmals hier ist eine wirklich gute Basis für eine gemeinsame Zukunft und die wird mir hier gezeigt also sehr aufregende aber sehr schöne Legung ihr Lieben ich wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag genießt den Samstag genießt euer Sein schaut bitte auf euch und vielen vielen lieben Dank fürs Zusehen Tschüss ihr Lieben